Hi. Ja, kommen wir noch mal zum Thema Verladen und Sedieren. Ich hatte da ja schon mal vor einiger Zeit ein Video zu gemacht, aber gestern rief mich eine Frau an und da ging es wieder genau um dieses Thema Sedieren. Und sie erzählte mir von ihrer Stute, die also nur noch mit Sedalin reingeht, aber auch nicht wirklich gut, weil die letzte Aktion hat wirklich geschlagene sechs Stunden gedauert. Und sie sagte, das Pferd war wirklich doppelt und dreifach abgeschossen. Also so, als damit hätte man Elefanten betäuben können. Sie sagte aber trotzdem, es hat ewig gedauert, der Widerstand war extrem groß. Und sie sagte auch, dass das eigentlich jedes Mal länger dauert und schlimmer ist. Und das deckt sich genau mit dem, was auch meine Erfahrung ist mit Pferden, die sediert werden. Und ich will das jetzt nicht verurteilen. Ich weiß, es gibt Extremsituationen, wenn jetzt der berühmte Notfall kommt und Sedalin ist das Einzige, was in dem Moment da ist, dann Notfall psychische Keule. Klar, keine Frage. Aber wenn kein Notfall ist und kein Notfall ist Turnier, kein Notfall ist Ausreiten, kein Notfall ist Urlaub, das sind keine Notfälle. Oder auch ein Stallwechsel. Meistens weiß man das ja etwas vorher und nicht einen Tag davor. Es sei denn, wenn man wird rausgeschmissen, das ist was anderes. Aber wenn kein Notfall ist, kann ich dir wirklich nur raten, lass die Finger von dem Zeug. Es ist nicht gut. Es zerstört das Vertrauen zu deinem Pferd. Maximal. Weil du musst dir Folgendes vorstellen. Dein Pferd wird mit diesem Cocktail in so einen Dämmerzustand versetzt. Das nimmt nichts mehr wahr. Oder nur noch so wie durch so einen Schleier. Und da gibt es nämlich manche Pferde, die wachen während der Fahrt auf. Und dann sind die auf einmal total gaga. Und die nehmen den Hänger auseinander. Oder die kriegen fettes Trauma. Ich sage nicht, dass das sein muss. Aber die Gefahr, dass das besteht, ist ziemlich groß. Also ein Grund mehr, wirklich die Finger davon zu lassen. Wenn jetzt aber sagst, ja, wie soll ich denn mein Pferd reinkriegen? Ohne das Zeugs. Das geht ja nicht. Es sträubt sich ja mit allem, was es hat. Mach deine Hausaufgaben. Das kann ich dir wirklich nur sagen. Das, was du tust. Also wenn ich mit solchen Pferden arbeite. Erstmal das Zeug weg, dass die nicht mehr gedröhnt sind. Und dann mache ich dir erstmal wach. Mach ich die an. Damit die mal wieder die Dinge wahrnehmen. Und bei den Pferden ist es nämlich oft so, die sehr viel gedröhnt wurden, die nehmen den Hänger gar nicht wahr. Und auf einmal, wenn die mal wieder normal sind, also nicht auf Droge, dann sehen die das Ding zum ersten Mal. Dann sehen die die Rampe, dann sehen die den Innenraum, dann schnüffeln die. Und dann fängst du erst an, mit dem Pferd wirklich zu arbeiten. Dann fängst du erst an, mit dem Pferd zu kommunizieren. Und dann wird es wirklich interessant. Und dann wird es spannend. Und es gibt Pferde, ich habe es schon so oft erlebt, da machst du das ein, zwei Mal und dann ist das Ding durch. Weil die haben einfach nicht gelernt, nachzugeben vom Druck. Das sind immer die gleichen Prinzipien. Sorg dafür, dass du eine stabile Verbindung bekommst vom Strick zu den Füßen. Pressure release. Ich habe es schon so oft erwähnt. Aber das ist das, was du brauchst. Aber du brauchst ein waches Pferd und kein benebeltes Pferd. Also das sind nochmal meine Gedanken zum Thema Betäubung. Sedieren. Bitte mach es nicht, es sei denn, du hast ein Notfall.